Hallo, ich bin Dan Peters und ich drehe heute mein Ghost Cover Con Me Little Sunshine. Ich bin kurz vor der Makeup Session. Da muss ich einmal sagen, dass ich mich jetzt gerade mal das zweite Mal schminke. Das erste Mal hatte ich bei den anderen Ghost Covers gemacht, die ihr dann hier eingeblendet seht. Und das war ziemlich scheiße. Da hatte ich auch ziemlich blöde Schminke, die hat nicht sehr gut gehalten. Ich hatte das letzte Mal schon mal so ein bisschen probiert und muss echt sagen, dass Push Art, jetzt ohne Werbung machen zu wollen, aber das sind Welten und diese Schminke ist mega gut. Und ich probiere es jetzt nochmal, mich selbst in den Papa zu verwandeln. Schaut mir doch dabei zu und schaut euch auch gerne das fertige Cover an später, was ihr hier anklicken könnt. Und ich muss echt sagen, dass mich die Push Art Schminke ziemlich krass umgehauen hat. Und ich plane tatsächlich auch mit meiner Solo Band in die Gothic Schiene zu gehen und Richtung Lord of the Lost Sachen zu machen. Das heißt, ich werde mich sehr viel öfters schminken und auf der Bühne zu sehen sein. Also ihr würdet mir sehr helfen, wenn ihr einmal Subscribe drückt und dabei bleibt, dass wir uns bald irgendwann auch live sehen. Happyиг cap on wir! Back in time, no regrets and it suddenly feel like it was perfect A memory contains a kind of emotions like I'll never get again Take me back to the past And let me go through it one more time Never realise what I've got Until that point where it breaks apart I'm living a lie And I'm trying to find Something that is behind In the past of my life So, the work is done. Yeah. Dafür, dass ich das zweite Mal dieses Make-up ausprobiert habe Und mich selber geschminkt habe Als Mann, der sich sonst nicht schminkt Finde ich geht das echt Natürlich muss ich noch üben Also, ja, auf jeden Fall muss ich üben Aber ich bin zumindest zufrieden Um das Cover aufzunehmen Call me little sunshine Und das könnt ihr hier sehen Ich hoffe, ihr mögt es Und einen schönen Tag, meine lieben Ghouls